Der US-Schauspieler Jimmy Bennett erklärt zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen die 20 Jahre ältere Kollegin Asia Argento, er habe das Ereignis zunächst privat lösen wollen, aber als sie selbst als Opfer auftrat, sei alles wieder hochgekommen. Die New York Times hatte Bennetts Vorwürfe, Asia Argento habe ihn 2013, als er 17 war, sexuell missbraucht publik gemacht. Die US-Webseite TMZ zeigt Fotos und Textnachrichten, die belegen sollen, dass die Schauspielerin tatsächlich mit Bennett im Bett war. Sex mit Minderjährigen ist in Kalifornien verboten. Asia Argento hatte mit Missbrauchsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein maßgeblich die MeToo-Debatte ausgelöst.